Kommt das Bürgergeld von mehr als 600 Euro? Geheimnisse um das neue Bürgergeld 2023 wurden gelüftet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Geht es nach der Ampelkoalition, ist Hartz IV bald Geschichte. Wäre wirklich schön. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat am 20.07., also heute, 2022, sein Eckpunktepapier für das neue Bürgergeld, welches ab dem 01.01.2023 als Ersatz für Hartz IV kommen soll, vorgestellt. Heil will ein größeres Miteinander schaffen. Jobcenter sollen zukünftig großzügiger mit den individuellen Lebenssituationen von Leistungsempfängern umgehen, damit diese schnell wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Das hört sich ja als Überschrift schon mal nicht ganz so schlecht an. Folgende Änderungen soll es dann zum 01.01.2023 oder im Jahr 2023 kommt auf das Gesetzgebungsverfahren an geben. In den ersten zwei Jahren ab Bezug des Bürgergeldes sollen die Betroffenen in ihren Wohnungen bleiben können. Damit ist klar, es soll keine Angemessenheitsprüfung der Wohnungssituation in den ersten zwei Jahren geben. Schonvermögen bis zu 60.000 Euro sollen nicht an das Bürgergeld angerechnet werden. In den ersten sechs Monaten bei Bezug von Bürgergeld gibt es eine sogenannte Vertrauenszeit, in der geringere Leistungen ausgeschlossen sein sollen. Dennoch bleibt es grundsätzlich bei den sogenannten Sanktionsmöglichkeiten. Also wer chronisch nicht mit dem Jobcenter kooperiert, muss mit Sanktionen rechnen. Das Prinzip Fördern und Fordern wird grundsätzlich nicht abgeschafft. Es gibt neue verbesserte Möglichkeiten und Anreize für Weiterbildungen. So soll es mehr Zeit für den Erwerb eines Berufsabschlusses geben. Hier sollen jetzt drei Jahre statt bisher zwei Jahre gelten. Die spannendste Frage, wie hoch die neuen Regelsätze beim Bürgergeld sein werden, lässt Hubertus Heil am 20.07.2022 aber offen. Er will noch bis Ende September 2022 warten und zwar auf die Zahlen des Statistischen Bundesamtes und dann soll das neue Bürgergeld berechnet werden. Geht es nach dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, soll es ab 2023 mindestens 678 Euro Bürgergeld geben. Das ist also eine Anhebung um 50 Prozent vom aktuellen Regelsatz. Ob es wirklich ein solches Bürgergeld in einer solchen Größenordnung geben wird, 600 Euro oder mehr, können wir absolut nicht sagen. Aber eins dürfte klar sein, mit der FDP wird es schwierig bis unmöglich werden, ein Bürgergeld von mehr als 600 Euro monatlich umzusetzen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel – Läger und Rentenberater Peter Knöppel